Hoffnung am Mittwoch, die neuen Osterkerzen sind gekommen für unsere drei Kirchen, Niederweitbach, Oberweitbach, Rosbach und dieses Paket packe ich jetzt aus. Das ist die Osterkerze, 2022 steht drauf, Alpha und Omega und ein Regenbogen an Ostern werden sie in unseren Kirchen entzündet. Bis Ostern ist es noch ein bisschen hin, aber das Licht und die Hoffnung und die Freude von Ostern strahlt jetzt schon in unser Wintergrau hinein.